Diese hier zum Kauf angebotene 3-Zimmer-Wohnung befindet sich im Kreis Märkisch-Oderland. 1975 wurde das Apartmenthaus erbaut. Das Objekt verfügt über einen Parkplatz und ein Badezimmer. Bei einer Wohnfläche von ca. 60 Quadratmetern beläuft sich der Kaufpreis dieser Etagenwohnung auf 19.900 Euro. Für nähere Informationen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. Untertitelung des ZDF für funk, 2017